so hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten aufnahme ich spiele in battlefield play for free ich bin murat und beim ersten video falls ihr euch das angeguckt habt hat joel bereits erwähnt dass ich nicht mit anfangen konnte weil ich in der schule war mal geschwänzt hatte und so was wurde mir mein pc weggenommen als strafe das ist das schlimmste was einem passieren kann und jetzt bin ich wieder da jetzt geht es auch bei mir mit den videos los und wir spielen battlefield play for free und ich bin auf der karte omen mit der m24 die attachments weiß ich jetzt nicht genau aber ich weiß dass die web am ex habe ich glaube sogar den position barrel und so weiter so sinnlos money verschwendet und ich habe ein mit 1 2 ich am anfang durch die die kennt das wenn das spiel anfängt und plötzlich wenn man durch die ich denke ich dass sie los mit mit schissiert wir müssen hätten es die immer beachten dass der Schuss immer gut gut sehen muss dass ihr nicht vorwärts kennt einmal geschossen verkriegt der Typ sich direkt in die Deckung und sie bei mir ist es ziemlich gut so ich habe sehr lange gebraucht bis ich aufnehmen konnte weil ich ich mit dem es liebsten Tonaufnahme Programm der Welt paar Probleme Ort ist die wichtig ich habe so dass sie das ist eine Verpflichtung das ist es liebste Programm der Welt damit kann man kein Scheiß machen das ist sowas von schlecht dies das liege Programm oder mit dem Snipe nur zu Headshots so Headshots 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 die Klamour gehätschattet boom schakalaka und schon haben wir eine Frage mit dem mit dem schandeln und mit dem so mit dem um werde ich auf dem Channel werde ich noch ganz viele andere Videos machen zum Beispiel die die Konierde die Boni erkennt und ab und zu auch Maske was zu er ja gemacht hat die andere wollten das auch er hat schon etwas gemacht und ich finde es gehört schon gute Klicks zahlen ihre Schöne ich das auch machen könnte weil bei mir funktioniert das zurzeit nicht ich verstehe nicht warum wenn ihr mir helfen könnt könnt ihr das bitte in die Kommentare reinschreiben weil ich lol was ist das lol naja falls ihr wisst wie Skill wieder funktionieren könnte und zwar bei mir schmiert das nicht ab sondern oder sowas sondern bei mir ist es so dass das ich hoffe jetzt spielen Clique und danach kommt Prüf auf Petsch nachdem Prüf auf Petsch kam komm wieder Prüf auf Petsch dann wieder auf Spielen kommt wieder Prüf auf Petsch und dann bitte in die Kommentare reinschreiben was ich vielleicht machen könnte gegen die Scheiße naja aber jetzt zurzeit spiel ich Battlefield wird auch glaube ich ganz viel Battlefield machen weil ich zurzeit nichts anderes habe aber ich werde mir neue Spiele holen ich werde noch Spiele kaufen keine kostenlosen es werden viele andere Spiele folgen wo kam der jetzt wo wo ist der Typ wo ist der Typ ach da schicht schicks nicht so an dem müssen wir wir uns natürlich rächen Rache steht jetzt bevor es kreisert es kreisert wo kommt das jetzt das ist und und so falls meine Stimme so ein bisschen keine Ahnung so schlecht oder so klingen sollte das Sieg daran dass ich ein bisschen heiser bin Alter was hat das denn hab ich den voll nicht getroffen voll nicht getroffen hier ist so ich will ihn noch benutzen nein Mann ey ähm ich weiß es ist nicht von so Level 10 oder Level 2 Ballertwerden das regt sich ziemlich auf Leute ist schon tot denn ich habe ich habe ich habe und gut wo ja das war jetzt gerade nach 8 Minuten ich glaube ich hängen noch nur rund dran neben mir läuft meine schöne Handy Uhr Schalke na egal ich bin halt bisschen auf Schalke und das war es dann heutige Folge nach der Grunde mache ich Schluss wirklich darf ich nicht mehr als sieben Uhr spielen jetzt das ist gerade eine Ausnahme weil es ja in der Woche ist ich dürfte jetzt endlich nur noch am Wochenende spielen ich konnte meine Eltern gerade so überreden dass ich jetzt an den PC darf ein bisschen hochzunehmen so Loll ist noch keiner gespawnte Art und ah man zum Glück ist es keine OP war für sonst würde ich mich mehr aufregen ich finde ich kann es schon nur ordentlich Loll Team Switch die müssen hier rumgammeln da hat auch jetzt gut jetzt und ihnen ist gestorben das tut mir sehr nicht leid selber schuld noch kein okay ort nie aber egal wir haben alle flanken das ziemlich gut irgendwie still ich frage mich schon warum das so still ist zu wenig leichte auf dem server ich glaube es werden von mir immer so 15 bis 20 minuten folgen und das ist ein verdammter Wix der Level 3 20 sie sind trotzdem mit der Erdbeerung das nennt man es gilt die aber mit der RPG muss man schon können das muss man eigentlich können geschossen zu dem haben wir mal den Arsch gerettet weil der hätte den Locken sie hier kommt gleich hin hier kommt gleich hin oder wo sind denn ich sehe letzt gerne raus Arter von der Schafk gut er hat ja nicht nur umgeguckt ja man muss so ein bisschen taktisch denken aber in Battlefield ist es eigentlich hauptsächlich so dass wenn du die besseren Waffen hast dass du auch gewinnst also von meiner Sicht ist es auf jeden Fall so wenn man die MG 36 hat die 1180 und die M95 dann kann man natürlich gewinnen da kann wer ist ein Lacker Besuch bei A ok der hat sein Heck angemacht weil er zu dumm ist um zu spielen ich hasse es wenn Leute einfach zu schlecht sind und danach hacken und dann geht es um die ganze danke den von es ist wichtig der Spritzen oder ist das in den bei dir musste ich mich bedanken denn so eine Teamspieler findet man in Battlefield nicht alle Tage in Battlefield geht es eigentlich darum dass Team Mates helfen muss die zu Porten muss wenn sie etwas brauchen aber jeder macht sie irgendwie immer sein eigenes Ding das ist ich ich hätte auch mein Gott Alter das die 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 schlösslich die ich mit dem Pell sind die hat ja nur noch zwei wird das ist die Führung und schieden er versucht uns zu treuen und an solchen Stellen sagen dann manche Hacker 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 obwohl ich kein Hacker bin ganz neid nur Römer 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 um... damit damit america damit Bis zum nächsten Mal.